Hamburgs Sturmlegende Horst Rubesch schwärmt ebenfalls in den höchsten Tönen. Fitter ist komplett, sagte Rubesch in einem Zeitungsinterview, es gibt eigentlich nichts was ihm fehlt. Viel zu tun also für Naldo, der es als Schalkes Abwehrchef mit abzutun bekommen wird. Erfahrung spielt eine große Rolle. Eine Altersfrage wird das Duell aber wohl trotzdem nicht, wenn es nach Naldo geht. Ich fühle mich genauso gut wie mit 22, als ich nach Deutschland gekommen bin, sagt der 35-Jährige im Interview in der aktuellen Ausgabe der Vereinszeitschrift Schalker Kreise. Vielleicht sogar noch fitter, weil das Training besser geworden ist. Mit Naldo ist es wie mit gutem Wein. Er wird mit zunehmendem Alter immer besser. Neben der körperlichen Fitness spielt seiner Ansicht nach auch Erfahrung eine große Rolle. Das ist eine entscheidende Qualität beim Fußball. So Naldo. Man kann sich immer entwickeln, auch noch mit 35. Ich will an jedem Tag ein besserer Spieler werden. Keine einzige Minute verpasst. In dieser Saison scheint es eh zu laufen bei Naldo. In elf Bundesligaspielen verpasste der Brasilianer keine einzige Minute. Außer ihm können das nur Ralf Herrmann und Thilo Kehrer behaupten. Gegen den HSV will Naldo diese Serie fortsetzen.